Hallo und herzlich willkommen zurück zu Don't Starve Together. Ich bin das kleine Wölfchen hier, das sich fleißig sein Kaninchen kocht. Und bei mir Mitversorger sind der Bad in Trouble. Hallo. Und der Crunchcow. Hi. Geht weg, ich will euch nicht mein Essen geben. Ich hab mir das hart erkämpft. Tipp her jetzt. Los, verklebt dich. Nein. So. Das ist gemein. Ja, ich habe mir viel Mühe gegeben. Wir müssen hier so eine kleine Ecke Wand hinbauen, da können wir die Gubbelstin reinjagen. Dann hab ich noch mehr Fleisch. Ja, aber es wird auch Zeit, dass ich ein bisschen mehr Fleisch hab. Wie sieht das denn aus mit unserem Zelt? Dazu brauchen wir einen Alchemiestand. Einen Alchemiestand. Was brauchen wir für den Alchemiestand? Ja. Eine Alchemie-Engine? Oder was? Das ist sie, denke ich mal, ja. Vier Boards, vier Cutstones und sechs Goldnuggets. Äh, ich glaub am Gold wird's habern. Das, äh, glaub ich auch gerade. Also, Cutstone kann ich sogar herstellen. Ähm, ja. Aber bisher haben wir echt kein Gold gefunden, ne? Also ich hab ein riesiges Tier auf Gold gestoßen. Ich hab ein, ich hab ein Goldnugget gefunden. Bisher, das ist aber auch schon alles. Ja, five to go, ne? Hm. Würde ich sagen, ja. Hier, ich hab noch Berries. 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 Danke. Berries? Berries. Also quasi ein Berrier zum Beispiel. Ja. Würde ich sagen, dann gehen wir am nächsten Tag los und müssen Gold suchen. Und zieht's. Ja. Ähm, ich schau mal auf die Karte, ob ich schon irgendwo was hab, wo es steinig aussieht. Hab ich aber nicht, weil ihr schon irgendwo, wo es steinig aussieht. Ähm, ja. Ja, aber kein Gold. Okay. Nein! Scheiße, Leute, 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 Leute. Ich habe keine Logs. Ich bin, ah. Sind wir jetzt wirklich alle auf der Map gewesen? Oh, nein. Ja, sind wir. Wir sind alle auf der Map gewesen. Ist nicht wahr. Ich hab keine, ach doch, ich hab Logs. Ich bin tot. Hier ist das Campfire. Ich beleuchte es. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Hast du genug HP? Lass mich kurz nachdenken. Nein. Oh Mist. Wie kann man denn so doof sein? Was machen wir denn? Was ist das hier? Ist das ein Kaninchen? Ja, das ist mein Kaninchen. Das ich noch nicht getötet habe. Geht mir aus den Augen. So ein Fegen. Das kann doch nicht angehen. Wieso sind wir dann alle gleichzeitig auf der Karte gewesen? Weil jeder geguckt hat, das war nur wegen hier. Ja, hier wegen... Ja, lass mich raten. Ich bin wieder schuld. Ja, weil du unbedingt wissen wolltest, ob wir Stein gefunden haben. Naja, das war eine rein informative Frage. Es hätte ja auch sein können, dass ihr das auch ohne eure Karte wisst. Ich musste halt drauf gucken. Ich habe nicht genug HP. Das muss ich wahrscheinlich essen ohne Ende. Ähm... Hast du auch nicht für einen genug HP? Ne. Ich habe gerade irgendwo einen Schlag abbekommen. Okay. Und bin dann... Guck mal hier, Gubbel, Gubbel hängt fest. Ne, der ist schon gejagt. Der müsste da eigentlich... Verdammt. Mach ihn kaputt. Ja, ja, siehst du? Äh. Oh, ich verliere gerade an meiner geistigen Gesundheit und jetzt scheint es so, als wenn hier gleich mich was angreift. Ah! Hilfe! Leute, ich glaube, das wird nichts. Ne, das sieht echt ein bisschen, äh, hart aus. Ach, das kann doch echt nicht angehen. Es sind so viele Schatten und ich werde auch nur kurz was raten. Ich kann die Schatten als Geist auch nicht angreifen. Vorsicht! Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine... Ich kriege noch nicht mal was dazu, ne? Und das Problem ist, die Schweine greifen die Schatten auch nicht an. Ne, das stimmt. Wie kriege ich denn jetzt geistige Gesundheit dabei? Gar nicht, weil ihr seid da. Ja, das ist... Das klingt nicht nett. Das ist jetzt allgemein so. Also es ist egal, wo wir sind. Ja, ja, das ist egal. Ah! Wie werde ich die Schatten los? Wie werde ich die Schatten los? Wisst ihr, was wir machen sollten? Was denn? Theoretisch sollte man das so machen, dass, wenn man noch volle HP hat, dass jeder ein Telltale-Hard erstellt, das in die Kiste legt, und dann haben wir es, wenn wir es brauchen. Das ist gar keine so dumme Idee. Ne. Aber ist jetzt zu spät? Stimmt. Ja. Ja, ich werde die Schatten nicht mehr los, ne? Also... Ich freue mich gerade auf. Ja, super. Ich habe gerade überlegen, aber wir hatten auch nirgendwo mehr irgendwo so einen Kreis gehabt, gar nichts, ne? Ähm, ich habe keinen mehr gesehen, ne. Ich sterbe jetzt in hellen Tod. Hier. So. Ja, äh... Ja, äh... Wann haben wir diese Folge angefangen? Vor drei Minuten? Ähm... Also ich vor vier Minuten, da ich vergessen habe, den Start mit zu dokumentieren. Ja, nee, also 13 Minuten hätten wir noch. Wir könnten ja einmal kurz ein bisschen über das Spiel diskutieren. Ja. Über das Spiel diskutieren? Ja. Ich bin tot. Ich auch. Ich auch. Und die Welt... Du hast noch 92 Sekunden, dann wird die Welt resettet. Ja, ein schönes Spiel. Da kann man nichts gegen sagen. Ja, macht auch zu mehreren deutlich Spaß, ne? Ja. Wenn man das, äh... Multiplayer zockt. Ja, nur halt, wie gesagt, ich glaube, mit den Rezepten, was man so braucht, das muss man sich so ein bisschen verinnerlichen. Ja, gut. Ja, doch das, was, äh... Xyra gesagt hat, ist gar nicht so zu verachten, dass man sich vorher die Tate Hearts herstellt. Wenn man eben noch voller AP hat, ne? Mmh. Naja, gut. Fürs nächste Mal wissen wir es auf jeden Fall. Genau. Richtig. Oh nein, ich hab's angezündet. Oh. Warum zünde ich eigentlich immer alles an? Oh Mann, ey. Und ich hab mir so viel Mühe gegeben, das zu pflanzen. Es tut mir leid. Ich weiß auch nicht, warum ich immer alles anzünde. Es ist ja egal, wen ich spiele. Ich zünde immer an. Oh. Kann ich gar nicht ärgern? Ich will hier rein. Ich will leben. Lasst mich leben. Ja. Es ist eigentlich echt schade, dass der Kram verschwindet, nachdem man sich einmal wiederbelebt hat. So, wollen wir hier jetzt eigentlich weiter als Geist rumdödeln? Oder, ähm... Oder was? Ja, eigentlich ist, haben wir ja gesagt, äh, zum Schluss, ne? Eben. Ja, stimmt. Ist das, äh... Ist das Ende? Ja, ich wollte gerade sagen, wer möchte die böse Nachricht übermitteln? Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ich bin. Ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020